Back in ETV Herzlich Willkommen zu Welcon ETV Vienna. Ich bin Ena Helena und begrüße ganz herzlich Son of the Velvet Red. Schön, dass du hier bist. Freut mich auch. Was wirst du für uns spielen? Ein Stück aus dem neuen Album namens Carry On. Tu das. Take it away. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 But the sky is slowly turning gray But all the dead I've ever known Have come and gone By the time I see the dawn Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 untertiteltung des ZDF für funk, 2017 Die erste, die jetzt auf einem US-Label ist, ist nun auf einem US-Label. Wie hast du da? Das hat wahrscheinlich passiert, weil ich da jetzt leben. Die Zeit hat uns geholfen und wir sind froh, dass wir es haben. Cool, cool. So, was der Titel des Album heißt? Storado? Ich wünschte, dass ich es wusste. Ich bin froh, dass es so viele Blätter gibt. Jeder kann etwas herausfinden. So, du willst es nicht definieren? Nein, nie. So, du musst es offen für die Zuschauer interpretieren? Es ist etwas anderes für alle. Okay, das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Du lebst jetzt in den USA, aber du kommst noch zu Vienna und spielst ein paar Konzerte. Lass uns wissen, woher und wann. Unsere Rekord-Release-Show wird am 20. Mai auf der Sargfabrik. Okay. Okay. We have some... Nice venue. Yeah, it is. Looking forward to that. Okay. So, to be informed, find you on Facebook, find you on the internet. Please do. Tune wieder rein. Nächste Woche wieder. Welcome to TV Vienna. Back in my TV.